Mieten kann man heutzutage fast alles und seit Sex and the City 1 wissen wir sogar Louis Vuitton-Taschen. In Österreich allerdings, da sind Autos besonders beliebt und Carsharing, das verbreitet sich immer mehr, denn es ist immerhin günstiger und man erspart sich viel Ärger, denkt sich so mancher Österreicher. Immerhin kostet die Minute nur 31 Cent. Das denkt sich auch Jakob H. Und er wundert sich dann allerdings im November, als er plötzlich 25.000 Euro auf seinem Carsharing-Konto aufscheinen sieht, denn so viel ist er nun wirklich nicht gefahren. Er wendet sich sofort an das Kundenzentrum und hier sagt man, das ist ein Systemfehler, das Geld wird ihm sofort oder die Summe wird ihm auf seinem Konto sofort gut geschrieben. Und Jakob H., der glaubt, es ist dabei bewendet und dann im Jänner allerdings, da gibt es eine böse Überraschung, denn da wird doch tatsächlich versucht, diese Summe von seinem Konto abzubuchen. Natürlich bleibt es bei dem Versuch, denn bei einer so großen Summe wird das Konto automatisch und sofort gesperrt. Seither muss sich Jakob H. nicht nur mit dem Carsharing-Anbieter herumstreiten, sondern auch mit seiner eigenen Bank ärgern. Er muss seine Bonität erneut nachweisen und er muss belegen, dass die Rechnung nicht von ihm stammt und dass es ein Irrtum ist. Wir haben uns jetzt mit dem Kundenzentrum, mit dem Pressesprecher in Verbindung gesetzt und der hat UE24 TV per Mail ausrichten lassen, dass am 18. und 19. Dezember Wartungsarbeiten beim IT-System in Europa und Nordamerika durchgeführt worden sind, um das Service besser zu machen. Und bei dieser Wartungsarbeit, da kam es zu einem Fehler und da wurden eben fälschlicherweise Mietdauern zu einzelnen Autos falsch berechnet oder falsch zugeordnet. Und man hat auch hier auch in Aussicht gestellt und versprochen, dass man die betroffenen Kunden hier mit Freiminuten entschädigen möchte, dass sie allerdings so mager ausfallen, dass er der Pressesprecher nicht erwähnt.